R.B. Leipzig muss mehrere Wochen auf Innenverteidiger-Diode ab E.M.I. Cano verzichten. Der französische U21-Nationalspiele hat sich am Mittwoch im Training eine schwere Knorpelquetschung zugezogen. Das teilte der Klub einen Tag später mit. Im Auswärtsspiel am Sonntag bei Fortuna Düsseldorf hätte ab E.M.I. Cano ohnehin nicht gespielt, da der U17-Europameister von 2015 im letzten Bundesligaspiel gegen Borussia Dortmund, 0 zu 1, die fünfte gelbe Karte gesehen hatte. In der laufenden Saisons brachte es der Defensivspieler auf 14 Einsätze in der Bundesliga. Bundesliga, Fortuna Düsseldorf, R.B. Leipzig, Söntag ab 18 Uhr im Leipzig. Bundesliga, Fortuna Düsseldorf Bundesliga, Fortuna Düsseldorf